Hallo Leute, heute stelle ich euch vor eine deutschsprachige Regionsitalien vor, Südtirol. Südtirol hat 500.000 Einwohner bei einem Dichter von 72 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Regionssprachen sind Deutsch, Italienisch, als Amtssprache Italiens und Ladienisch. Südtirol besteht aus acht Bezirksgemeinschaften. Südtirol ist eine Provinz, die vom Präsident der Junta in acht Stellvertretten regiert wird. Vorsitzender ist Arno Compaccia. Die Stellvertreter der Junta sind nach Sprache verteilt. Er hat fünf deutsche Assistenten, drei italienische Assistenten und eine ladienische Assistentin. Südtirol hat seinen eigenen Rat, der in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, zweisprachige Ortsnamen, Bildung und vieles mehr zuschändig ist. Die Südtiroler Hymne heisst Südtiroler Heimatland. Die Flagge ist weiß-rot mit dem Wapen in der Mitte, das einen rot-gelben Hadler darstellt. Die Flagge ist ein bisschen wichtig. Die Flagge ist ein bisschen wichtig. Die Flagge ist ein bisschen wichtig.